Liebe Studienanfänger des Jahres 2021, herzlich willkommen an der Fakultät Elektrotechnik. Mein Name ist Ralf Kollmann. Im Rahmen der Erstsemestereinführung werden die Kolleginnen und Kollegen der Fakultät der zentralen Einrichtungen, des STURAs, Ihnen viele wichtige Informationen und gute Ratschläge rund um das Studium vermitteln. Nutzen Sie dies und stellen Sie viele Fragen. Sie können sich aber auch jederzeit direkt an uns wenden, damit wir Ihren Einstieg ins Studium möglichst problemlos gestalten können. Zu den Vorteilen unserer Hochschule gehört, neben der noch überschaubaren Größe, auch die Nähe zu den Lehrenden und das sollten Sie intensiv nutzen. Ganz besonders möchte ich auch unsere ausländischen Studierenden begrüßen. Ich hoffe, dass Sie sich hier in Ihrer neuen Wahlheimat Dresden gut einleben werden. Wir werden Sie dabei vollumfänglich unterstützen. Wir befinden uns hier auf dem Dach des Seminargebäudes, wo wir unterschiedliche Antennen als Teil unseres Labors für Funksysteme vorfinden. In meinem Berufungsgebiet Kommunikationstechnik Funksysteme werden wir uns in den höheren Semestern diesem Gebiet widmen können. Vorerst aber müssen wichtige Grundlagen erlernt werden, die Ihnen lebenslang als Basis für Spezialwissen dienen werden. Dazu wünsche ich Ihnen einen guten Start, viel Erfolg und beste Gesundheit!